Rufus Dors, für nicht schuldig Befunden des Mordes, aber für schuldig Befunden des schweren Raubes. Rufus Dors, Sie werden zur Zwangsarbeit deportiert an einen Ort, den das Gericht seiner Majestät festlegen wird. Rufus Dors, Sie sind ein Flohner Stiefel. Aber er versprach mir die Freiheit. Euer Ehre. Gentlemen, ich habe etwas zu sagen. Es wurde mir schweres Unrecht angetan, euer Ehren. Ich wurde auf einen Verdacht hin festgenommen. Und deportiert wegen einer Tat, die ich nie begangen hatte. Und jetzt wirst du gesucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... Vielen Dank.